. . . . . . . Wir sind in einer Mineshaft. Ja. Das Bett haben wir gesagt. Nein, haben wir noch nicht gemacht. Aber jetzt wird es dunkel. Okay. Aber es hält wohl nicht. Ah! Ah, ich habe einen Pfeilbogen. Ah, ich habe gar keinen Pfeil. Ja, ich baue die Ware gar noch nicht gross ab. Ich will einfach mal herumschauen, ob man gerade noch mal coole Kisten findet. Mhm. Ich habe einfach die Hoffnung, dass ich wieder einen Portalgun sehe rumliegen, weil das ist einfach zu cool, um Sachen reinzutun. Ja. Ja. Du weißt, was ich meine. Jawohl. Ah, das grüne Wasser ist so geil. Ich will es gar nicht wegmachen lassen. Trink. Also. Hm? Brauchst du eh nicht vom grünen Wasser trinken? Ich kann schon. Es macht gar nichts. Okay. Ja, whatever. Ich habe keine Fackeln mehr. Und komm mal wieder hoch. Mhm. Ich muss dann einen besseren Weg machen in Minecraft, weil es ist einfach das Hin und Her. Ich habe nicht genau gewusst, wie ich am besten herkomme. Ja, lass das mal. Mhm. Zuerst mal hölzeln. Es sieht ja sehr anders aus hier oben. Haha. Ein bisschen einig geben. Cool. Machen wir schnell ein bisschen. Mhm. Ähm. Ja, ich gehe einfach mal alles rein. Das brauche ich. Und das brauche ich. Und... Ich nehme mir gerade ein bisschen Holz. Haha. Hä? Ich habe einen Stockbait-Boat. Hahaha. Oh Gott. Hängst du da schnell rein? Ja, gerade. Gehen wir rein? Oh, du bist dein. Hey, warte mal. Dass wir eigentlich so einen Stegel machen. Ah, so eine Breite. Okay, alles gut. Ja, dann können wir nachher in der Mitte ein Mindcar reinbauen, oder? Ja, voll. Den kannst du hoch und runterdäusen. Bin ich dabei. Ist das eine Idee? Tipptopp. Also gehen wir schnell rein. Ja. Das Praktische ist das. Du kommst überall rein. Wir brauchen unbedingt eine Fackel hier noch. Und... Zwei, drei. Oh! Ja... Wie viel Wolle hättest du noch dabei? Eben, kommen wir. Okay. Aber schau, ich habe noch eine Fackel. Ta-ta-ta-ta. Gute Nacht, Jörg. Was ist dein Problem? Ich bin im Bleibsand! Jörg! Hilfet mir! Hinter dir! Hinter dir! Oh nein! Oh shit, das geht so schnell. Ich dachte... Ich habe gedacht, ich überlebe das. Ich gehe runter. Oh shit, schnell, schnell, schnell! Oh shit! Weisst du, unten dran wäre gerade offen. Ich dachte, ich habe genug Zeit, um durchzukommen. Oh shit! Das Zeug hängt jetzt noch ein bisschen im Treibsand. Ja, ist cool. Oh man! Ich dachte, ich kann dich voll cool verarschen! Mit sterben? Ja. Oh! 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 Dominik, so Verarschungen sind nicht lässig. Sie können hinten rausgehen. Ja! Das hast du gemerkt! Oh! Scheiße! Was hast du gemerkt? Nein! Ich hatte einen Fackel. Dalli, zalli, waaaaat! Was hast du gemerkt? Ich habe gemerkt Platz und ich habe gemerkt eine Junk-Ausstecke. Eine Junk-Ausstecke! Perfekt! Ja, immer zwischen den Holzen ist der Junk, oder? Eine Junk-Ausstecke! Und dann habe ich gemerkt, da so, oder? Wenn du da innen baust die Treppe hoch, du brauchst eine Wand. Ah, eine Wand! Dann hast du da einen Gang rundherum. Gang? Und dann kannst du da wieder machen, was du willst. Ah! Mache, was ich will! Da ist nachher der erste Junk fertig, oder? Erste? Ja, der Junk geht von dort vom Smitty bis zum Swank. Ah! Die ersten vier Junk. Ah! Und nachher sind drei Junk pro Ecke. Drei Junk? Ah, okay! Der Vorteil ist, dass du eben auch die Farmen besser kontrollieren kannst. Also, wenn du da reinbaust, wächst da drin auch garantiert alles. Aber du denkst doch, dass ich automatische Farmen machen werde? Ja. Also, vielleicht würde ich die Aussermauer wegsetzen müssen. Hört mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15... Ich glaube, die Baum-Farm ist 17, wenn wir nicht... Oder ist sie 15, genau? Ich werde schauen, hm? Ja, das schauen wir dann an. Es geht mir lediglich darum, dass wir wissen, wo das Junk sind. Mach dir das schon Skin. Ja, weil es ist einfach viel besser, als wenn deine Farmen mit dem Wasser von da nach da verläuft. Mhm. Das ist ja sinnlos. Da müssen immer bei Junks aktiv sein, weil nachher können wir so geile Junk-Activators bauen. Ah, ja, ja, Junk-Loaders. Junk-Loaders. Und dann können wir die schön da in die Mitte reinmopfen und dann funktioniert immer alles. Perfektionistisch. Also... Ich bin immer noch da rausgegraben. Die erste Hälfte bin jetzt gerade fertig geworden. Nein. Jetzt wäre noch da hinten das hier weg. Ja. Dann wäre die Fläche fertig. Entweder ich hole ein Gleis oder... Hast du das schon fertig gemacht, das Teil? Was? Dann mache ich den Gang runter fertig. Okay, dann mache ich da oben noch alles kaputt und so. Gut. Dann kann man dann mal irgendwo mal sagen, in dem Moment, wo wir farmen. Ja. Ich habe mir gedacht, wir bauen das Zeug dann übereinander. Also... Ah. ... in eine Tierfarme übereinander aufzudecken. Dann kann man es am Schluss, kann man es ja als Turm verpacken oder so. Ja, voll. Und ich kann ja... Ah, ich komme mich da nicht hoch. Sag mal. Doch. Ah! Jetzt weit kommt. Ja, eben. Und auch Weizenfarmen kann ich ja mehrere machen, wenn man genug Material hat. Und dann verbinde ich es gerade. Von oben her mit den Schläuchen runter, runter, runter bis Fass. Eben. Und es muss ja... Eben, du kannst gut hier eine Weizenfarm machen. Oben dran irgendwie eine Rüeblifarm. Und nebendran eine Kürbisfarm. Oben dran eine Kürbisfarm. Aber hey, ich weiss nicht... Eine Kürbisfarm. Ich weiss nicht, ob mit Feitenbeistfarmen da Rüebli wirklich machen kannst. Weisst du, ich meine die automatisch. Ich spreche immer nur von automatischen. Ja, wir schauen und sonst machen wir Redstonefarmen. Ja, voll. Können wir es auch so ein wenig technologisch machen, dass wir jetzt zuerst unten überall einmal Redstonefarmen anbauen? Mhm. Ja, guckchen wir. Guckchen wir alles an. Ich mache jetzt zuerst einmal den Minecartgang runter. Dann können wir das nämlich auch hochschicken, gell? Ja. Vielleicht gibt es auch einen automatischen Wegenzerstörer und dann machen wir Obsidianpipes, die alles gerade aufsaugen. Mhm. Mhm. Klingt gut. Gell? Saugen ist immer gut. Eben schön gemütlich. Genau. Aber solche Sachen sind einfach gut, wenn wir schon wissen, wir machen dort einen Minecart und dann kann man den Platz gerade einberechnen. Voll. Darum habe ich immer gerade um die Stegen herum eine Wand gezogen und dann noch um den Raum, den du rundherum hast. Mhm. Das ist doch gut. Nein, jetzt habe ich wieder keinen Pickel mehr. Gottfriede Stühle. Tiptop. Das ist doch eine gute Idee. Und viele Mobs hat es nicht gerade, aber sie sparen. Das ist wichtig. Sie finden das immer wieder und es hat wieder neu und wurde auch schon angerufen. Yeah! Wir werden angegriffen vom Mobs. Das ist wirklich cool. Das Beste, was jetzt gibt es. Das Beste, was jetzt gibt es, man. Wenn man Mobs angreifen wird. Da fühlt man den Schmerz, den muss man gar nicht mehr reizen. Also, mach dann mal die Schilling weiter. Oh oh. Ich verhubere. Das ist toll. Wenn du einfach so am runterbuddeln bist und äh... Wie viele sind es? Im Moment sechs. Da braucht man nur noch Obsidian und dann geht es uns zur Perle. Ja, es waren sechs. Cool. Also, ich bin jetzt auf zwölf unten. Hier lasse ich es mal. Und ein bisschen Lapis-Lasuli. Auch wenn wir so einen Lapis dabei haben. Ja, ja. Und Lapis sind gut. Hier oben gibt es auch immer mehr Platz. Oh, da hast du... So. Gut! Dann komme ich wieder rauf. Warte, ich baue gerade die Steine rein. Schön, dass wir noch Platz haben für die Dings. Schön, dass wir noch Platz haben für die Dings. In alle mit den Hände weiterfahren können. Dann muss man mal wieder aufpassen. Und dann muss man die Hände enthalten. Ja. Dann können Sie noch nach Hause. Ich komme hier wieder an. Dann bin ich an. Du bist gut. Ja. Vielleicht ist das Schirm aus. Und jetzt ist es so zu einem mehr Platz. Untertitelung des ZDF, 2020